Mit Anfang 20 ist er so fett, dass er sich kaum bewegen kann. Sein Leben wird ihm zur Last, nichts macht mehr Freude. Und dann hat er sein Leben komplett verändert. Heute hält er sein Gewicht bei konstant 90 Kilo. Hier bei uns erinnert sich Markus Baumann aus Bötzingen an sein früheres Leben mit dem lebensgefährlichen Übergewicht. Er erzählt, wie schwer es ihm fiel, sein Verhalten dauerhaft zu ändern und wie glücklich er heute mit seinem Gewicht ist. Markus Baumann mit seinem Höchstgewicht von 182 Kilo. Sein Arzt prognostiziert, wenn er seinen Lebensstil nicht drastisch ändert, wird er nicht alt werden können. Baumann hat körperliche Schmerzen jeden Tag. Er schmeißt sein Studium, verliert seinen Job. Mitmenschen machen sich lustig über ihn, er ist traurig. In dieser Situation trifft er einen alten Freund. Unter dessen Einfluss beginnt Baumann ein intensives Sportprogramm und stellt auch nach und nach seine Ernährung um. Jetzt ist er bei uns. Herzlich willkommen. Hallo. Wie alt sind genau die Bilder? Wie viele Jahre liegen zwischen dem, was wir gerade eben gesehen haben und wie Sie jetzt vor mir sitzen? Wir haben 2012 angefangen, im Januar. Und da war das Topgewicht bei 182 Kilo. Und jetzt halte ich das bei 90 seit ein, zwei Jahren. Das ist 2012, das ist überhaupt nicht lange her. Das ist eigentlich eine rasante Bewegung. Es waren ja dann in der, sage ich mal, leichtesten Zeit 82 Kilo. Das heißt, Sie haben wirklich satte 100 Kilo verloren. Wenn Sie jetzt vor mir sitzen, sehen Sie absolut gesund aus. Täuscht das oder sind Sie gesund innerlich und äußerlich? Ich bin gesund, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich habe noch überschüssige Haut hängen, einfach weil es damals so massiv war. Das würde ich gerne auch irgendwann wegmachen lassen. Aber das ist ein bisschen eine kostspielige Angelegenheit. Und innerlich, mir geht es wunderbar. Ich bin glücklicher, als ich es je war. Es geht im Grunde genommen bei Ihnen vom einen Extrem ins andere, weil derzeit sind Sie dabei, Fitnesstrainer zu werden, als Beruf. Genau. Das ist, was mich weitergebracht hat in meinem Leben. Ich hätte ja mit der Art und Weise, wie ich früher gelebt habe, nicht weitermachen können. Und meine Idee war, mich dann einfach mit Sport immer weiter zu umgeben. Und was mir geholfen hat, anderen auch weiterzugeben und denen zu helfen. Darauf gehen wir auf jeden Fall gleich ein, wie die Zukunft aussehen soll und was Sie auch anderen Leuten mitgeben. Gehen wir aber nochmal zurück in die Vergangenheit. Wie kam es denn, fragt sich wahrscheinlich ein jeder, der diese Bilder sieht, dazu, dass Sie in jungen Jahren schon 182 Kilo angehäuft haben. War das ein, ja sag ich mal, Leidensweg, der in früher Kindheit begann? Wie kann man sich das erklären? Ich war nie das leichteste Kind. Ich erinnere mich gut, dass ich in der Grundschule auch schon gehänselt worden bin. Aber ich war nie wirklich super fett. Also das war erst in der Zeit, in der ich dann studieren gegangen bin in Freiburg. Und dann hatte ich quasi den McDonalds um die Ecke, den Burger King, über eine Currywurstboote gelebt und habe mich auch gut amüsiert, abends und nachts und habe viel getrunken. Das war einfach ein sehr, sehr ungesunder Lebenswandel. Der hat sich dann natürlich gerecht an den Kilos. Ich sage es jetzt mal als Laie familiär vorbelastet. Sind Ihre Eltern beispielsweise auch kräftiger oder sind Sie da komplett innerhalb der Familie aus der Art geschlagen? Ich komme aus einer Restauration. Meine Eltern haben einen Betrieb. Und da hatte ich natürlich immer Zugang zu Essen. Das hat bestimmt auch geholfen. Aber eine generelle genetische Veranlagung würde ich nicht sagen, dass das was ist, was wirklich den Ausschlag gibt. Ja, mein Vater war übergewichtig, hat mittlerweile auch viel abgenommen. Und meine Mutter hat auch viel abgenommen mittlerweile. Aber ja, ich komme aus einem Umfeld von Leuten, die gut essen. Dagegen ist ja zunächst mal nichts zu sagen, wenn sich das Part mit vielleicht viel Bewegung und viel Kalorien verbrennen. Jetzt wollen wir mal drauf gucken auf den Weg. Natürlich im Zeitraffer, wie es losging bei Stand 2012, 182 Kilo. Einfach mal ein paar Eindrücke nochmal. So ging es dann los, 100 Kilo weg im Schnelldurchlauf. Also, hier schauen wir, es war wahnsinnig viel Training nötig. Auf jeden Fall, Fitnessprogramm sehen wir hier, schwere Sachen schleppen. Am Anfang fiel selbst aufstehen vom Stuhl Ihnen schwer, wenn ich recht informiert bin. Dann geht es auch um das Thema Ernährung. Das haben Sie schon angesprochen. Kalorienarm werden Sie essen. Aber was ein Schlüsselerlebnis war, wir sehen gleich noch einen Wohlfühlzustand von Ihnen. Ja, genau. Was ein Schlüsselerlebnis war, heute fühlen Sie sich wohl, war die Bekanntschaft mit Ihrem Freund und Trainer, der dann gerade eben auch neben Ihnen stand. Damian Seed heißt er? Damian Seed, genau. Damian Seed. Was ist da passiert, dass Sie 2012 aufeinander getroffen sind und wie konnte der Sie motivieren zu sagen, Mensch Junge, mach was und zwar sofort. Wir hatten uns aus Schulzeiten gekannt und da war ich noch nicht so wirklich, wirklich schwer. Und als er mich gesehen hat, dass es mir elendig ging, weil er das natürlich einfach davon ausgegangen ist, als er mich gesehen hat, mit 182 Kilo ist niemand wirklich glücklich, hat er mir einfach seine Hilfe angeboten. Und hat gemeint, wenn ich tue, was er sagt, wann er es sagt, egal was er sagt, dann kann ich abnehmen, solange ich tue, was er sagt. Und warum war für Sie dann auch der Zeitpunkt da, dass Sie gesagt haben, okay, ich ändere mein Leben komplett. Sie haben es ja beschrieben, Sie haben es sich gut gehen lassen, Sie haben viel gegessen, Sie haben Party gemacht, alles zu sich genommen, was irgendwie ungesund war. Warum konnte dann auf einmal da so ein Wendepunkt sein im Leben? Im Verlauf davor, es war einfach nicht mehr tragbar. Ich habe nicht mehr zur Universität gehen können, weil ich einfach in der Freiburger Innenstadt sind viele Kopfsteinpflaster. Ich konnte darauf nicht mehr laufen. Wenn ich eine falsche Bewegung gemacht habe und umgeknickt bin, dann war drei, vier Tage lang nur noch daheim sitzen. Einfach mit dem massiven Gewicht von über 180 Kilo macht man sich sehr schnell sehr arg weh. Das hat dann so weit geführt, dass ich dann eines Morgens zum Beispiel über drei Stunden gebraucht habe zum Aufstehen aus dem Bett. Das war einfach nicht mehr tragbar. Ich habe die Universität abgebrochen, ich habe meinen Job verloren, weil ich in keinen Anzug mehr reingepasst habe, den ich hätte tragen müssen. Und bin dann wieder nach Hause gezogen, an den Kaiserstuhl. Und dann hatte ich Zeit und er war gewillt, mir zu helfen und hat mich dann auch immer weiter motiviert. Er hat mich auf den Grundgedanken mitgebracht und es dann einfach mit weitergetragen. Eine Sache, die wir nicht unerwähnt lassen wollen, ist, Sie haben sich auch eine Operation relativ am Anfang des Prozesses unterzogen, eine Magenverkleinerung. Hat das Ihnen aus der persönlichen Sicht sehr geholfen? Das ist ja schon ein krasser medizinischer Eingriff, der auch jede Menge Geld kostet. Würden Sie das anderen Menschen auch empfehlen? Generalisiert würde ich niemals eine Operation jemandem empfehlen, den ich nicht kenne. Das liegt natürlich immer an den medizinischen Prädispositionen. Aber mir hat es geholfen. Teilweise war es auch nicht hilfreich bei der Abnahme. Aber ich bin damit sehr glücklich. Ich kann nur Positives berichten. Jetzt versuchen Sie natürlich auch mit Ihrem Beispiel andere Leute zu motivieren, den Weg hinterher zu gehen. Was aber schon bleibt, ist die Aussage auch von Ärzten, die sagen, es ist eine 50-50-Chance, dass man nicht rückfällig wird in den alten Lebensstil. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, dass Sie so gesund bleiben, wie Sie jetzt vor mir sitzen? Ausgezeichnet. Ich werde nicht mehr übergewichtig. Ich gehe nie wieder zurück. Was macht Sie da so sicher? Ich habe mir mein Umfeld gut geschaffen. Das heißt, ich habe sehr unterstützendes Umfeld, meine Freunde, meine Familie. Ich habe mir einen gesunden Lebenswandel angeeignet. Und ich glaube, das ist die absolute Basis. Außerdem umgebe ich mich immer mehr mit Sport. Das kann nicht schaden. Das kann absolut nicht schaden. Und wie es ausschaut, werden Sie ja bald auch die Trainerlizenz haben und dann als Fitnesstrainer arbeiten. Auf dem Weg wünsche ich Ihnen weiterhin viel Glück. Und natürlich auch all jene, die es interessiert. Die Infos gibt es bei uns auf der Homepage landesschau-bw.de. Und da kommen Sie dann eben auch auf die Seite von Herrn Baumann, der Feedback gibt und da auch weiterhelfen kann. Vielen Dank für den Besuch bei uns in der Landesschau heute. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Sehr gerne. Vielen Dank.